Äh, hey, was... Du hast Schniffler einfach geschossen? Das heißt immer noch erschossen, Victor. Und ja, ja, das habe ich. Aber er war doch ein guter Fahrer. Bitte, Victor, der Typ war einfach widerlich. Allein diese Nasenkruste, die er da hatte. Aber dafür kann er doch nichts. Er hatte diese Probleme mit den Nebenhöhlen. Er hat den ganzen Wagen vollgerotzt, Mensch. Großartig. Jetzt er verteilt sein Gehirn hier überall. Ja, 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 ich hasse es, wenn Sie nach dem Tod immer so herumzappeln. Ach, und ging das eigentlich nur mir so? Oder roch er tatsächlich immer ein kleines bisschen nach Mayonnaise? Ja, 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 das geht. Ich habe eine kleine Kurve und so auf hätte. Wie ist das? Ja, ich habe auch noch heute geschossen. Untertitelung des ZDF, 2020